Hallo Guys! Wir melden uns hier wieder aus der A3 Beep. Heute mal mit unserem englischen Maid. Mein Name ist Bond. James Bond. Jo, genau! Und wir haben uns gedacht, heute zeigen wir euch mal, wie ihr in dieser vorlen Beep-Saison von diesen ganzen Menschen, die ihr jeden Tag seht, einfach mal, habt ihr euch wahrscheinlich schon mal gedacht oder so, einfach mal irgendwelche Leute anspricht und besonders auch geht es heute um die Mädchen. Ein paar Flirt-Hits wollen wir raushauen, ne? Ganz genau! Hier in der A3 Beep gibt es ja viele gut aussehende, intelligente Mädels. Und deswegen wollen wir euch heute mal zeigen oder besser gesagt ein paar Flirt-Tipps geben für die A3 Beep. Yeah! Checkt das out! Ja! 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 Mein Name ist Bollmann, James Bollmann. Okay, und du sagst das dein Ernst? So ein geschissenes Tag. Ab jetzt habe ich dich gesehen. Schlimm. Vielleicht auch deine Nummer. Endgurs. Okay, aber erst mal rein-check ich dir das. Ich kann nicht, dass ich meine Frage stelle. Ja? Ja, okay. Was ist dein Name? Mit der Winning? Ja, schön mit Namen. Okay. Und, ähm, ist du Single? Ja. Ja, okay. Und, äh, was ist deine Handynummer? Ist es nur für Encryption? Von, Encryption von deiner Daten. Okay. Ja. Drei. Ja. Drei. 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 Mhm. So. Können wir aushalten? Ja. Passt. Leucht. Soll ich sie davon fülle Wasser raus? Dankeschön, ja. Das ist sehr nützlich. Das, das weiß ich. Soll ich dir vielleicht helfen deine Tasche auftragen? Nein. Soll ich dich vielleicht den Treppen auftragen? Nee. Okay. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Ich möchte sich das wissen. Hey, sorry. Fass meine Lahnke hatte. Ich hab mich an deinen Augen verloren. Na was? In deinen Augen verloren. Hab ich mich? Nein. 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 Hast du kein Muskelkater? Du bist mir die ganze Nacht durch die Kumpelkater? Ich will deine Nummer geben. Hey, meine Freunde sind die Vinox. Kann ich deine Handynummer haben? Klar.